Gucken wir mal, auf der Tür, ja, ja, ja. Soll ich dieses Gegengestand verwenden? Ja. Mach mal, einfach nur nicht, dass wir hier irgendwie einen Gang vergessen, wo wir durchgehen können und sowas. Und jetzt mal ein Zeitung hoch. Heck ist es. Da sieht sonst nichts weiter. Und hier unten. Ich hab irgendwie das Gefühl, es ist dasselbe, wo wir jetzt schon mal waren, nur spiegelverkehrt. Kann das sein. Dann haben wir auch nochmal so eine eingedingste Mauer. Bitte verrecke, danke. Jetzt ist gut hier. Dreh dich um hier. So. Geht doch. Oh, das ist jetzt so schwer. Was haben wir hier Schönes? Außer ein paar hundert Sachen zum Einsamen hier. Eine gelbe Kugel. Und hier, jede Menge Mist. Jede Menge Mist ist immer gut. Gut, das ist das. Gehen wir hier einmal durch. Weil wir es können. Und ja, es sieht wirklich noch denselben Raum nochmal umgekehrt aus hier. Dann kann ich hier nochmal gegenschlagen. Aber wie ist das im anderen Raum auch? Keine Ahnung. Da hat sich auf jeden Fall irgendwas geöffnet. Zweifelsfall immer gut. Ja, nicht so gut. Dann habe ich wieder dieselbe Plattform hier für Doofe. Auch wieder so einen Knopf zum Anhauen. Öffnet sich hier auch nochmal was. Ist ja nett. Ich hoffe, die bleiben da dauerhaft offen. Und nicht, dass das hier auf Zeit wieder geht. Ah, okay. Ne. Es ist anscheinend so gewollt, dass hier dauerhaft geöffnet ist. Muss ich hier die anhauen? Nein, das ist nicht, glaube ich. Ne, jetzt sieht nicht danach aus. Okay, was haben wir hier? Nightmare Beta. Eine Waffe aus der Unterwelt. Niemand weiß, wie gefährlich es ist. Hm, klingt nett. Ich hoffe, ob ich hier zurückkomme. Komm, benutzen wir mal diese tolle Waffe hier. Nightmare Beta. Möchte ich ausrüsten, Yo? Wow. Verwenden. Komm schon. Woher komme ich jetzt hier zurück? Spring mal einfach nach unten hier. Oh. Also kann ich auf jeden Fall aufladen hier. Kann aber auch einfach die Tasten gedrückt halten und dann schießt er hier dauerhaft. Nice. Gefällt mir. Wobei natürlich der Granatenwerfer hat eine ganze Menge mehr Wumms. Aber wer weiß, wiezu ich diese Waffe hier speziell nochmal gebrauchen kann. Bestimmt gut, dass ich sie habe. Guck mal. Tierchen sind tot. Und jetzt muss ich nur noch irgendwie wieder zurückkommen hier. Ja, war klar, dass ich genau in dem Moment reinrennen muss hier. Hey. Ich dachte schon, bin ich jetzt hier richtig? Jo, bin ich. Und ist so gut. Hey, hier, ich habe eine Waffe. Bam. Bam. Oh, nicht so gut. Wir lädern jetzt nicht mehr auf. Ah, okay. Ich verstehe. Es geht ab von der Ruhnenenergie hier. Ich verstehe. Ich verstehe. So, das muss man ja auch einfach wissen, ne? Was jetzt die Energiequelle der Waffe so sein wird und so. Bam. Komm, gehen wir mal nach draußen, die Süßen. Und dann betze ich dann für die hier dann doch lieber auch die Planeten davor. Weil da bin ich jetzt nicht abhängig von Dingens. Das ist natürlich eine kleine Schwachstelle von der Waffe, dass die halt nur aufladbar ist, wenn man genug Grunen hat. eine Grunenenergie. So. Das war's schon mit euch wieder. Dann kann ich ja jetzt hier zu dieser tollen Tür. Ich würde von diesen Gelächtern und solchen da noch hören. Gute, dass es ein Soundfehler ist. In der Einrichtung befinden sich zwei, ja, ja. Und ich möchte hier die Lanzen verwenden. Ja. Und dann bin ich da. Und wo bin ich da jetzt? Außer im Kolosseum. Ach, du Kacke. Ich höre, wie eine Stimme zu mir spricht. Bringe dem Kolosseum ein Opfer da. Das wird dich auf dem Weg zum Rat des Schicksals bringen. ein Opfer. Ich habe da so einen Vogel. Kann ich den her schleppen? Ach, der kommt von selbst. Das ist ja nett. Sehr nett. So mag ich das. Einfach mal drauffallen hier. Wird schon. Nee. Geht doch nicht hier. Komm, drauf da. Und immer schön weiter. Immer schön durchfliegen hier an den Nachbarn. Ich bin auf dem drauf. Sehe ich das richtig? Ich bin auf diesen scheiß Kacks Drecksvogel. Okay, jetzt nicht mehr. Äh. Ich weiß nicht mal, wo er ist. Ich kann nix sehen. Aber ich schieße auch immer ins Leere hier. Irgendwie hole ich da einen Vogel schon vom Himmel. Siehste? Siehste? Jetzt strecke ihn nieder mit meinem Hass. Das ist kein netter Vogel. Wäre es ein netter Vogel würde ich das nochmal überlegen. Aber so, nee. immer schön immer durch hier. Immer schön feste. Wird schon. Aber nicht rum hier wegen dem bisschen hohen Blitzgewitter, ja? Also wirklich. Immer schön toll rein. Und immer schön im Blitzen stehen bleiben. Beste. Ich bin voll dazwischen gewesen. So, und jetzt wieder Flugaction. Komm schon, mach doch einen Flugaction. Willst du nicht? Okay, dann nicht. Dann halt heute nicht. Mein will. Halt trotzdem tot. So. Und immer schon weiter drauf ballern. Hat ja nicht mehr viel. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Bosskampf so an sich extrem scheiße sein kann. Wenn man nicht den Pussy-Modus hätte. Alles, komm, drauf da. Und nochmal. Rein zu flächen, natürlich. Genau in der Mitte gefallen. Ich bin. Sie sind definitiv die Macht von Sparda. Ähm, sogar mehr so. Aber ich kann nicht lassen Sie leben. Aber ich serve meinen Master Mundus. Du kannst nicht mit dieser Wunde kämpfen. Die Macht ist der Macht von Mundus. Master! Du kannst mir eine letzte Macht. Macht, um ihn zu beenden! Master Mundus. Du hast mich verletzt. Du bist nicht mehr bereit. Schutze! Was ist das? Nicht, nein! Schutze! Ich sehe den Vogel! Ich dürfte sagen, heute gibt's gegrillte Hühnchen. Mist und die ButterÚJR DÜHR DÜHR DÄNNER, Das ist nicht. Du hast ihn verletzt. Vielleicht war es zu einfach für dich. Moondis. Sein Schmerz macht mich verrückt. Kötter sogar seine eigenen. Er ist derjenige, der die Leben von meiner Mutter. Mein Bruder. Natürlich. Meine Mutter sagte mir immer, dass mein Vater ein Mann, der für mich war. Er hatte Courage und ein richtiges Herz. Im Namen meiner Vater, werde ich Moondis töten. Natürlich geht sie einfach weg, statt uns mal zu helfen oder sowas. Nee, wieso? Brauchen wir ja nicht. Gut, gehen wir auf diese Plattform hier drauf. Komm. Drauf da. Drauf da. Schönen guten Tag. Bin wieder da. So, was haben wir denn hier schönes? Hier steht etwas geschrieben. Der König von Avalon will am Rad des Schicksals drehen. Er will einfach mal am Rad drehen und die Geschichte zurücksetzen ins Land, wo alles anfängt. Rad des Schicksals. Das ist eine runde Tafel, die dem sich wiederholenden Zyklus des Schicksals ähnelt. Alles klar. Alles klar. Wollte Bescheid. Gut. Hätten wir diesen Auftrag jetzt auch erfolgreich abgeschlossen. Einen kleinen Boss kommt da drin. Und werden wir jetzt einmal speichern. Und dann mache ich wieder eine kleine Aufnahmpause. Und dann gucken wir mal, wo uns dann die nächste Auftragsmission da mal hinführt. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gespannt. Jetzt halt dadurch, dass auch mal wieder ein bisschen Story hier erzählt wird. Jetzt nicht unglaublich viel. Aber wer weiß. Wer weiß. Vielleicht kommt ja noch ein bisschen was. Von daher. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Viel Spaß heute noch. Tschüss. Tschüss.